lade westzeit eliminieren die anderen das lied vom tod schon wieder du junge geweck waren weg nein ich treffe einfach nichts ich habe mich am kaktus wehgetan schießt nicht auf mich was sie die fähig ist immer einer die wartet auf spawnplätzen und dann erschienen die leute ich war ein wechselwaffe alle haben hier und es los bio geht ab also hat schon oder was aber hat sofort keine waffe natürlich interessant schießt aber auf mich bin tot und er drückt keine waffe komisch ja wohl wieder hat er nur die kleinen rauskugel frieden schnell weg frieden habe ich gesagt man oder nicht dein bruderchen so ich mache jetzt die massen kill der kopfauer hat mich gekillt wieso trifft man den fasten wenigstens ja kaufst die blödes geht über der kopfauer der macht uns ganz schön nieder der teils ich bin schon wieder irgendwo gegen gerannt jetzt habe ich dich ausnahmsweise nicht aber doch ich muss mich nicht schießt nicht ich schieß doch gar nicht man ich hab extra nichts geschossen ich habe auch nicht geschossen also bios nicht auf unserer seite wir spielen doch alle gegen alle da dieser kopf ist so wer ist nervig ich hatte kippt wer war das jo ne du arschloch okay aber nicht weil er warum werden schon wieder jetzt alter ich hatte gerade so guten laufmann bei ihm das gibt es nicht gut gut aber es wäre Oh, ey, das kann doch nicht sein. Wo seid ihr denn? Der ist die Sniper. Kopfauer. Hinter dir ist der Typ. Hinter mir? Ja, hinter dir. Nein, ich bin schon tot. Aber, hä? Ach so, ey, war der böse Hasi. Der die Fehler, der hatte. Boah. Boah, wo ist denn hier? Hallo. Ähm. Oh, der Heilung. Er schießt noch nicht. Nein, Mann! Ah, shit. Der hat sich Heilung geholt. Wollen wir grad die Heilung holen? Fucking. Du Arsch! Und dann war mal. Buh. Oh, lol. Aua! Aber nicht hin. Werd ich da so gekillt? Vorrede war ich. Alter. Naja, gut. Einen hab ich gekillt. Wenigstens. Einen will ich jetzt! Hey, hinter dir ist ein böse Hasi. Oh, jetzt nicht mehr. Oh. Oh, gut. Wir haben uns gegenseitig gekillt. Der Kopfauer und ich. Noi. Ey, der böse Hasi weiß aber auch sofort, wo jemand ist, ne? Der ist gespawnt. Ich bin gespawnt und er ist direkt zu mir gelandet. Oh, so lach. Ich hab den grad dreimal hintereinander getötet. Ja, ja, ich sag nur, der weiß nur sofort, wo einer ist. Voll lach. Be you cheated. Und ist tot. Ja. Ach, shit. Voll lach, aber zu. Hua! Voll essend. Ich hab noch neun HP, lass mich in Ruhe, Bio. Ah! Neul! Okay, ich lass dich in Ruhe. Niederlage. Ah! Wie fies. Patriots hätt' er auch weglassen können. Hm, Patriots, oder? Guck mal, eine... Ah! Muckern. Bitte was? Eine Schmuckern. Ja, eine Runde noch. Okay. Wofür ich mich hier... Au, ich hab ein paar Tage an meinem Mikro verloren. Na, guck, au, hast du. Kann man nicht kicken? Aber ich find da cool, dass die alle so nachschauen dann immer weiter, ne? So ein bisschen weiter nach. Na, das ist schon lustig, was aber scheiße ist, wenn du denkst. Das tut mir leid, Bio. Ich treff dich keinmal an. Und du hast mich gekillt. Oh! Du hast Kopfhauer gekillt, und ja. Ich hab versucht, Bio zu killen. Ich hab den einmal gehillt, und er hab mich direkt erschlagen. Hab dich erschossen. Ja, sag ich doch. Er erschoss, erschoss, geschlagen. Oh, oh, oh. Scheiße. Oh, oi! Kopfhauer hat... Vorsicht der Feuer, der Feuer, der Feuer. Wer? Ich hab's auch gekillt. Hast du gekillt? Und mich hat er gerade gekillt. Alter, da war ich ein bisschen zu langsam. ich glaube ich bin sauer also haben wieso sind jetzt alle besser als ich ich mache keinen einzigen punkt gerade mir und fängt gerade wieder an zu lenken sorry hatte termine kannst du gleich mal den popo knutschen ich schwöre es dir ja geil ich hab den grundschaff damit freigeschaltet danke dir bio du hast dich selber gekillt ne ich hab bio in die luft bei ich hab bingo hüpft und hab die rakete abgeschossen bio wissensböse so ich hab kopfauer erledigt können jetzt alle nach hause gehen manchmal der böse hasi der trifft einen obwohl der gar nicht mal in der nähe ist ne vielleicht leckt der aber auch kopfauer der aus Oder abgefackelt. Kann ja nicht sein, dass der schon wieder da ist. Ich hab mich erschreckt. Voll erschreckt, mich erschossen. Ich würde sagen, das wäre jetzt Können oder so gewesen. Aber es war leider kein Können. Hä? Was schießt denn hier auf mich? Hallo Kopfauer. Oh. Tschau. Oh. Ah, böse Hasen. Alter. Bio, schieß doch nicht auf mich. Bio, war ne Kopfauer. Ja, selber schuld. Hahaha. Haha. Der zieht uns ab. Du Sauersack. Hä? Mit wann hat denn der jetzt geschossen? Ah, Schitte. Hab dich gerecht. Oder den Kill abgefahren. Gutes Gefühl. Aua. Ich glaub das ist der Chaos Blazer, der teilweise so lackt. Ah. Aber ich hab ne Raumschuss frei. Das kann doch nicht sein. Weil wenn der bei mir nicht in der Nähe ist, dann lackt er nämlich nicht. Danke. Wie sprichst du mit deinem Schwager? Du kriegst ja nix mehr zu essen und zu trinken. Du kriegst ja nix mehr zu essen und zu trinken. Ja. Total bug voll. Ah. Vorsicht, der Kopfauer, der läuft mit ähm. Ah, hab das schon gemerkt. Ah. Ey, du blöder. Affe. Du schläfst heute auf der Couch. Bei den Kribbelmücken. Das schwör ich dir. Ich hab den Bio. Ah. Du schläfst heute auf der Couch. Bei den Kribbelmücken heute. Ah. Du schläfst heute auf der Couch. Bei den Kribbelmücken. Nein, Bio. Stirb. Du hast mich angefackelt. Aber er ist nachdem noch auf mich geschossen. Nein. Doch, doch. Ich bin ganz sicher. Äh. Sag mal. Shit. Vorsicht, Kopfauer ist auf dem Dach. Ah, Manno. Ja, der hat sich die Sniper natürlich geholt. Oh. Der hat sich gerecht. Glaub ich wegen dem Verfackeln. Der. Der. Böse Hasi. Ich hab schon ein paar Mal aufgefackelt. Ja. Ich hab den letztes Mal abgefackelt. Jetzt irgendwie hatte der vorher mal auch ne Fackel. Na. Er hat mich zwar abgefackelt. Aber ich hab mich getötet. Sei vorsichtig. Tötet. Press dich. Sei du vorsichtig. Hasi, sei doch lieb, ey. Ey, du blöde. Du kriegst nichts mehr hierzu. Ich hab nichts mehr zu essen. Ich weiß, du verhungerst. Die schreit hier. Durch das ganze Haus. Ganz neuer. Da weiß ich schon Bescheid. Halt die Klappe. So. Wir können doch nicht so ablosen, äh. Äh. Du hast mich hinter dem Ding getötet. Ne, ne. Wo liefst du gerade erst rum? Äh. Ne. Ich war schon tot. Ne, ne, ne. Ne. Auf jeden Fall, wo ich den Schuss getätigt hab. Oh Mann. Ey. Vielleicht ist das auch nicht ganz synchron. Hä? Wieso war der hinter mir? War vorhin noch vor mir. Äh. Komm. Aber holt sich immer die Sniper. Ganz vergessen. Boah. War das. Der Bio nämlich gerade. In einem Dreierfight. Peh hinter dir. Ah. So. Böser Hasi. Äh. Wir sollten der Mie. Oh. Du stirbst noch. Ah scheiße. Der hat sich hier geholt. Schade. Der Bio Wecker hat das. Mit dem möchte ich nicht mehr spielen mit dem Kopf. Aber kann man den irgendwie rauskicken? Das habe ich doch gerade schon gesagt. Äh. Den kann man nicht kicken. Man kann nicht kicken. Ich fühl mir noch ein bisschen. Na ja. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ciao mit Vauuuu. Tschüss. Au. Mon. Mon. Mon.